Heute bei Review Lifestyle die Jacques Lehmens Nostalgie Damenarmbanduhr. Nur hier bekommen Sie die höchste Qualität, modernstes Design und neue Technik zu einem wirklich fairen Preis. Jacques Lehmens sportliche Chronographen- und Multifunktionsuhren sind klassisch elegante Zeitmesser und modische Trenduhren, die begeistern. Hier zeigt sich die perfekte Symbiose aus Top-Qualität, neuster Technik und modischem Design. Mit stilvoller Klassik und Eleganz stellt sich die neue Nostalgie-Kollektion vor. Hergestellt mit modernster Technik und edlem Design sind diese Zeitmesser eine Erinnerung an vergangene glorreiche Zeiten. Der Chronograph hat einen 24-Stunden-Zähler in einer analogen Anzeige sowie eine Stopp-Funktion. Das Edelstahlarmband wird mit einer massiven Faltschließe gesichert. Das Gehäuse aus gebürstetem, poliertem Edelstahl hat einen Durchmesser von 37 mm. Die Nostalgie Damenarmbanduhr ist bis zu 10 Atmosphären wasserdicht. Dieses Produkt erhielt bei Amazon erstklassige Kundenrezensionen. Zum Beispiel Ich bin verliebt. Ich liebe mein Armband. Es ist toll. Schönheit. Vor Einkauf habe ich ganz lange überlegt, wegen den vorherigen Rezensionen über die Länge des Armbandes. Doch bei meiner Jack Lemans kann man schon die Länge des Armbandes verlängern. Es ist wunderschön. Ich bin verliebt. Viele haben mich schon auf die tolle Uhr angesprochen, die zugleich edel, aber auch sportlich aussieht. Das Armband ist etwas ganz Besonderes und liegt sehr gut an. Ich bin sehr angetan und habe mich gefreut. Wir haben für Sie in der Videobeschreibung den Link zum Produkt zum besten Preis bei Amazon herausgesucht. Einfach draufklicken und Sie kommen sofort zum gewünschten Artikel. Haben Sie eine Frage zum Produkt? Hinterlassen Sie einfach einen Kommentar. Gefallen Ihnen die Reviews? Dann freuen wir uns über einen Kommentar von Ihnen und einen Daumen hoch. Abonnieren Sie den Kanal Review Lifestyle. So verpassen Sie keine neue Produktpräsentation und sind mit den neuesten Produktreviews immer auf dem aktuellen Stand.